Der Begriff Lademodul wird zumeist im Umfeld der Betriebssysteme ZOS und BS2000 gebraucht. Der Begriff bezeichnet ein in einer Lademodul-Bibliothek gespeichertes, ausführbares Programm. Im ZOS ist eine Lademodul-Bibliothek eine PO-Datei oder ein Extended Party One Data Set. Ein Lademodul ist ein sogenannt Member einer Lademodul-Bibliothek, ist das Programm ein Member eines PDSI, nennt man es in ZOS auch Programm-Object. Programm-Objects unterstützen erweiterte Eigenschaften von Programmen, die im klassischen MVS nicht so wichtig waren, Programmgröße größer als 16 MB, Programmnamen länger als 8 Zeichen mit Berücksichtigung von Groß-Kleinschreibung, Unterstützung von DLL-S, Erzeugung eines Lademoduls. Dieses entsteht, wenn man einen Quelltext mit dem jeweiligen Compiler übersetzt und anschließend mit dem Linker bindet. Ein ausführbares Programm besteht normalerweise nicht nur aus dem Objekt-Code eines Programms. In der Regel muss der Linker weitere Programm-Routinen oder zumindest Informationen über weitere Programm-Routinen zu dem ursprünglichen Objekt-Code hinzufügen. Im ZOS-Sprachgebrauch heißen solche Objekt-Code-Teile Control-Sections. Die verschiedenen Control-Sections eines Lademoduls können von verschiedenen Compilern erzeugt worden sein. Inhalt eines Lademoduls Ein Lademodul enthält zum einen den von den Compilern erzeugten Maschinen-Code, des Weiteren aber auch Informationen, die benötigt werden, um das Programm in den Hauptspeicher zu laden und zur Ausführung zu bringen. Wo soll das Programm geladen werden? Wo befinden sich im Lademodul relative Adressen? Das sind Adressen im Programm, die der Compiler generiert hat, die aber noch vor der Programmausführung vom Ladeprozess auf die tatsächlichen Adressen im Hauptspeicher umgerechnet werden müssen. Wenn es bereits im Speicher liegt, kann die Version im Speicher verwendet werden oder wird eine neue, frische Version benötigt. Wo ist der Einsprungspunkt des Programms? D.H. Wohin soll das Betriebssystem verzweigen, wenn es die Ausführung an das geladene Programm übergeben will? Das Programm mit dem Linker bearbeiten, z.B. einzelne Programmteile austauschen zu können.